Freunde, heute spielen wir den Giga-Chat-Simulator in Roblox und schaut mal, wie stark ich bin. Hm, Simlaki, du bist gar nicht stark. Oh, ja, komm mal, frisch das, hey, hey, nimm das. Hey, bin ich auch nicht zu hinten? Was soll das? Warum seid ihr solche Riesen? Ich bin halt viel stärker, hm, naja, ich gefällt dir das? Schau mal, ich kann Liegestütze machen. Wow, Bin, du bist sowas von stark, aber, hm, warte mal, Simlaki, du bist ja gar nicht stark. Leute, lacht ihr mich etwa aus? Das stimmt, Leute, ich bin echt nicht stark. Schaut mal, ich habe einen richtig fetten Bauch. Oh, ja, du bist richtig fetten, guck mal, ich habe richtig fette Muskeln. Junge, du hast ja solche dicken Muskeln, die sind schon dicker, deine ganze Kleidung platzt, Nelly. Ja, ich habe die krassesten Muskeln aller Zeiten. Okay, hast du erst mich mal gesehen? Guck mal, ich mache die ganze Liegestütze mit Klassen und 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 und. Okay, Billy, aber guck mal, ich werde jetzt auch richtig stark und noch stärker als ihr. Davon träumst du wieder, ich habe das Schass und niemals. Ja, du magst nicht so ein bisschen Noob, ich kriegst gar nichts hin. Oh doch, schaut mal, bam, bam, ich bin die ganze Zeit am Trainieren. Haha, ich tue meine Ahnung, wow, ich werde zum Super Saiyajin. Okay, Leute, ich habe dich mit dem Falschen angelegt. Die wissen nicht, dass ich vielleicht jetzt erstmal so tue, als ob ich ein Noob wäre, aber Freunde, ich habe richtig viele Robux und damit werde ich mir das Krasseste auf der ganzen Welt kaufen. Und als allererstes gehen wir fünf Robux einfach aus, um mal drei Macht zu kriegen, die ganze Zeit. Ich glaube, das ist richtig stark, Leute, weil dann kriegen wir die ganze Zeit mal drei Fähigkeit. Weil dann kriegen wir die ganze Zeit mal drei Stärke. Das ist so, wenn wir, als ob wir dreimal die ganze Zeit uns zu Handeln bewegen würden. Und guck mal, wie schnell das jetzt geht. Haha, gerade eben habe ich mir noch ausgelacht, ne? Leute, schaut mal, wie stark ich jetzt bin. Hey, Maki, du kannst nicht stark geworden sein. Hm, wo bist du? Billy, ich bin jetzt schon so stark wie du. Meine ganze Kleidung ist schon geplatzt. Hey, warte mal zum Lucky, was? Du bist so schnell stark geworden. Billy, wie hast du das denn bitte sehr gemacht? Hm, Nelly, bist du jetzt erstaunt? Wow, du bist ja viel schneller stärker als Billy. Äh, nicht stärker als Billy, ich bin viel stärker. Hey, Nelly, Maki, ich werde noch beweisen, dass ich viel stärker bin. Oh nein, Billy, schau mal, ich trainiere gerade nur meinen Bizeps und bin schon viel krasser am Wachsen als du. Oh Mann, die sind echt voll nervig, die ganzen Leute. Aber schaut mal, Leute, ich habe jetzt auch schon viel, viel krassere Skills bekommen. Ey, wie krass hat mich dieses Upgrade bitte sehr geboostet. Und damit kann ich jetzt auch noch richtig stark werden mit meinen ganzen Liegeschützen. Wow, Leute, haha, damit werde ich richtig OP. Warte mal, wir versuchen mal diese... Wow, okay, wir machen solche Squats. Okay, damit werden wir richtig stark. Leute, ich bin doch viel stärker als Maki, du kannst mich nicht besiegen, niemals. Oh doch, Billy, das werde ich uns. Schau mal, ich hole mir sogar hier eine richtige... Ich kann mir eine Aura kaufen. Leute, ich habe jetzt die grüne Aura. Gib zu, dass Grün die beste Farbe ist. Haha, ich hasse davon. Hey, Billy, Billy hat mich einfach gekillt. Billy, weiß was, ey, du bist doch stärker, du hast trotzdem Lucky gekillt. Oh nein, Leute, ich muss mich rächen an Billy dafür, was er gerade getan hat. Okay, der hat mich einfach gekillt. Das kriegt er noch zurück, Leute, ich habe hier meine grüne Aura und gleich werde ich viel stärker als der. Okay, ich habe hier auch noch Gewichte. Jetzt kann ich mir hier alles ausrüsten. Okay, ich glaube, ich muss noch... Oh, ich kann eine Wiedergeburt schon machen, glaube ich. Nee, kann ich noch leider nicht, Leute. Was gibt es denn bei der täglichen Belohnung? Wow, Energy Boost. Beanspruchen tue ich mir das natürlich. Und kann ich hier sechsmal Kraft holen? Äh, das kostet... Leute, die Robots, Leute. Wisst ihr was? Das können die anderen nicht erfahren. Wir kaufen uns das jetzt einfach mal. Und damit werden wir jetzt noch viel, viel stärker. Hohoho. Ey, Lucky, bist du richtig ein Noob, ey. Nein, ich bin viel stärker als du, Biddy. Junge, was ist denn der Typ vor... Yo! Ey, der Typ attackiert mich jetzt. Aber gleich wird er einfach stärker als der. Und dann mache ich den fertig, Leute. Bam. Und zack. Leute, wisst ihr was? Fress das und boom! Hohoho. Ich habe einfach One-Shot gemacht. Hm, schau mal, ich bin jetzt wieder ganz klein. Ich habe eine Wiedergeburt gemacht. Oh, Nelly, du bist ja schon richtig stark. Aber, Nelly, ich werde dich überholen. Du hast keine Chance gegen mich, okay? Ich werde richtig stark. Hm, nein, durch die Wiedergeburt werde ich noch viel krasser. Na, Lucky, komm, komm mal. Lass mal kurz drinnen, wer stärker ist, okay? Ja, Biddy, können wir gerne machen, okay? Gerade eben hast du mich doch ausgeladen... Oh, Junge, guck mich an, Alter. Ich bin so stark geworden. Oha, Leute, ich habe gerade eine Wiedergeburt bekommen. Habe ich gerade gesehen. Hä? Wie habe ich das denn hinbekommen? Aber jetzt bin ich wieder ganz, ganz winzig. Ich finde, ich hoffe, Nelly, Lucky. Und Leute, ich glaube, ihr seid gerade richtig stark geworden. Aber die haben gar keine Chance gegen mich. Denn ich kann mir jetzt zum Beispiel mal zwölf kaufen, okay? Das heißt, ich mache zwölfmal so viel wie normale Leute plus. Okay, das wird heftig. Junge, ich kriege jetzt einfach Millionen plus. Wie viel habt ihr gerade? Leute, ich habe die Wiedergeburt bekommen. Und die kriegt man einfach automatisch. Schaut mal, Leute. Hier, Wiedergeburt. Bam. Bist du sicher, dass du eine Wiedergeboren wählst? Du verlierst all deine Macht, Leute. Ist es klüger, zu warten darauf? Hm, ich weiß es nicht. Drei Wiedergeburten könnt ihr jetzt machen. Wisst ihr was? Ich trainiere einfach weiter. Let's go. Wow. Ich werde immer stärker, obwohl ich mache jetzt eine Wiedergeburt, Leute. Und, bumm, bestätigen. Yo, ihr habt eine Wiedergeburt gemacht. Den Markieter, was wir müssen niemals einholen. Oh, doch, Billy. Ich werde noch viel muskulöser als du. Hm, Leute. Ich bin auch mal die Krasseste von euch allen. Alter, Billy. Was hast du für eine Aura? Junge, du bist ja... Warte mal. Hast du gerade schon eine... Ist das eine Feueraura? Ja, das mag ich. Eine Feueraura. Oh, yeah. Oh, Mann. Leute, die sind ja richtig stark. Ich muss auch so heftig werden. Deswegen bin ich jetzt wieder richtig fett. Hi, hi, ich bin gleich. Aber ich kriege jetzt gar nichts. Oh, doch. Ich bin noch viel stärker als du, Billy. Leute, schaut mal, wie schnell das jetzt geht. Ich werde mir noch eine viel bessere Aura kaufen. Aber dafür brauche ich ein bisschen Kraft. Und, yo. Ey, das geht ja richtig schnell. Ich glaube, ich kann mir gleich... Hm, 100.000 Kraft? Ey, das kann ich doch bis jetzt schon kaufen. Nicht genügend Energie? Ich habe doch genügend Energie dafür. Okay, wie bist du so ganz sehr stark? Ich sag's doch, Billy. Und, Babi, ich drehe... Yo, ich werde richtig schnell stark. Schau mich mal, ich werde viel stärker als du. Oh, nein. Niemals bist du stärker als ich. Guck mal, hier. Bam. Immer weiter, Leute. Und ich kann hier sogar 10... Yo, yo. Alter. Oh, nein. Leute, was ist das denn? Was ist das denn? Yo, ich habe tausende Wiedergeburten, glaube ich, gerade gemacht. Ich habe gerade richtig viel. Ich kann sechs Wiedergeburten machen, Leute. Das ist ja mal ultra heftig. Plus, ich kann hier Pads ausrüsten. Oh, Mann, ich habe die gar nicht ausgerüstet. Ich habe gerade hier sich Pads holen. Warum hat mir das niemand gesagt? Hm, keine Ahnung. Ich kann mir jetzt sagen, wenn du bloß bleibst. Oh, ich habe auch schon richtig viele Pads. Oh, Mann, Leute. Ich muss mir irgendwo Pads kaufen. Warte mal, wo kann ich mir hier Pads kaufen, Leute? Ich schaue es mal an. Ah, hier vorne. Ich habe jetzt aber schon welche. Damit werde ich noch viel stärker. Yo, Leute. Guck mal, wie schnell ich stark werde. Oh, ja. Okay, was kann man sich hier kaufen? Aha, mhm. Hier gibt es ein paar Pads. Deswegen leben. Ich würde aufpassen. Ich bin richtig stark. Kann es sein, dass ihr irgendwie AFK gespielt habt? Obwohl, Leute, ich muss euch mal sagen, okay, ich war zwecknah. Ich glaube, Billy hat in der Zeit richtig viel gespielt. Nee, ich habe gar nicht gespielt. Billy, du bist einfach schlecht. Doch, Billy hat es richtig krass durchgesuchtet. Oh, nein, Leute. Aber schaut mal. Ich bin... Alter, ich bin richtig stark geworden. Ich glaube, damit kann ich mir jetzt eine richtig krasse Aura... Yo. Fünf. Okay, krass. Leute, ich kann mir hier einfach die Feueraura jetzt auch kaufen. Billy, ich habe dieselbe... Nee, warte mal. Ich habe eine andere Aura. Was hast du für eine Aura, Billy? Der Nacki, ich habe viel Heft gereicht. Du, ich habe heilige, ringe Aura. Warte mal, was? Hör, der hat die für... Alter, Billy. Billy, wie viel hast du gezockt, dass du so krass wirst? Ähm, verrate ich dir nicht. Ich habe aber noch eine viel bessere Aura als Billy selbst. Was, Leute? Wie stark sind die bitte sehr? Nelly, was hast du für eine Aura? Hm, obwohl, ich habe doch nicht so eine gute... Ich habe eine blaue Aura. Ja, ich bin der Stärkste. Billy, du bist wirklich stark. Aber schau mal, wenn ich mir das jetzt kaufe... Ich werde jetzt genauso stark wie du, Leute. Haha, Billy. Ja, du dachtest wohl, dass du stark bist. Boom. Upgrade, Leute. Noch ein Upgrade. Ich kann nicht tausende wieder... Oh, Leute, ich werde richtig krass schnell. Stark. Oh, Leute, guck mal, wie viel ich direkt Plus kriege. Dann kann ich mir jetzt noch eine heftige Aura... Ey, ich wurde einfach erledigt. Wie ehrenlos, Leute. Okay, was kann ich mir kaufen? Hm, ich spare auf die Nebel-Aura. Und dann mache ich eine Wiedergeburt. Oh, guck mal, was für ein Muskelpaket... Okay, die Wiedergeburt wird automatisch gemacht. Aber schaut mal, ich mache jetzt noch mehr Plus. Und ich glaube, mit dem Bizeps kann man am meisten Plus machen. Hm, nee, stimmt nicht. Man kann anders viel Plus machen. Hm, Billy, ich weiß... Hör auf mich zu killen. Wer killt mich da die ganze Zeit? Schaut mal, da gibt es so einen Bereich. Da macht man viel mehr, äh, töte den König. Warte mal, kann ich mich da hinstellen und viermal... Yo! Okay, Leute, das ist... Das ist ein Cheatcode. Guck mal, wie viel ich hier Plus kriege. Ey, was machst du gerade? Alter, Leute, hier kriegt man vier Macht mal mehr Macht. Das ist ja richtig krass. Eigentlich habe ich schon mal zwölf Macht. Aber damit bin ich ja noch viel stärker. Leute, das ist Ultra-OP. Nee, das will ich mir nicht kaufen, Leute. Irgendwo 4.500 Robux kostet das Werk. Yo! Alter, wie viel habe ich gerade Plus bekommen? Okay, Geistkrank, Leute. Bam, ausrüsten. Ich kriege richtig fett Plus, Billy. Du hast keine... Alter, Billy, dein Ernst? Hast du mich gerade etwa gekillt? Nee, ja, nee, hab ich nicht. Ey, du willst nur... Ich habe den Trick verraten, jetzt killst du mich. Du kleiner Ehrenloser. Ich glaube, du kriegst Karma, Billy. Haha, du kriegst Karma, weißt du was? Bam, bam, ich kill euch. Alter, Billy, was soll das? Hey, Maki. Hihi, du kleiner Noob, Alter. Nein, Leute, ich hätte es nicht sagen dürfen. Ich werde Billy killen. Komm schon, ich schaffe das. Oh nein, der ist viel zu stark geworden. Billy trainiert da jetzt richtig krass. Hey, Billy, geh da sofort weg, okay? Was soll das? Das ist einfach allen gekillt. Oh Mann, Leute, ich hätte ihm nicht einen Trick verraten dürfen, okay? Jetzt will der uns alle die ganze Zeit killen. Was macht Billy da? Hey, Billy, lass mich auch rein. Oh nein, hihi, gekillt. Alter, Billy ist richtig ehrenlos. Ey, hör auf, du mich zu killen. Bam, fress das. Haha. Okay, Billy, ich werde noch hier viel stärker, Leute. Ich kriege sowieso mal 12, okay? Ich sollte das schnell hinkriegen. Der kriegt richtig viel Plus rein, Leute. Wie kriege ich den da nur weg? Wie kriege ich den da nur am besten weg? Bam, 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 bam. Ich habe Billy gekillt. Ich habe Billy gekillt. Und boom, let's go. Ey, Junge, wie krass ist denn bitte sehr, Billy? Hey, Billy, warum bist du so stark? Hihi, du bist ein Noobs, Junge, ich kenne gar nichts. Ey, Junge, der macht so fett Plus, Leute. Wie kann das sein? Geh da weg, Billy. Ich will auch so viel Plus machen. Nee, ihr seid einfach Noobs. Haha, Billy, du bist gekillt. Jetzt machst du gar keinen Plus mehr. Hey, seitdem ich da bin, will hier einfach jeder sein. Töten König, Leute, wir müssen König killen. Bam. Bam, bam, bam. Haha, jetzt mache ich auch richtig viel Plus. Junge, ich komme gleich wieder, keine Sorge. Oh nein, Billy, in der Zeit werde ich noch viel stärker. Alter, man kriegt hier so fett viel Plus. Junge, du bist ja richtig stark. Leute, ich bin viel stärker, ihr könnt sowieso nicht nämlich anrichten. Ey, Leute, okay, das ist geistkrank für viel. Okay, warte mal. Ich gucke mal, ob man hier noch irgendwas bahnstricken kann. Bam, Powerboost. Alter, wir kriegen hier gerade sowas von viel. Und jetzt haben wir ein Wiedergebot gemacht. Können wir hier nochmal ein Wiedergebot machen? Bam, bestätigen. Boom, let's go. Nochmal eine Wiedergebot. Geht das, Leute? Mal vier Macht haben wir. Ne, Leute, das klappt leider nicht. Egal, dann trainieren wir uns jetzt wieder hoch. Wir werden richtig schnell. Guck mal, Leute, ich habe jetzt noch einen Bauch. Einen dicken Bauch. Und jetzt, guck mal. Direkt ein richtiges Muskelpaket. Jo, bist du sauer. Junge, was hast du gemacht, der Maki? Alter, wie sieht das aus, Leute? Warum hat er mich schon wieder gekillt? Lass mich doch in Ruhe. Ich wollte nur ein bisschen trainieren. Okay, yo. Hier machen wir noch mehr Plus, ne? Okay, hier machen wir auch ein bisschen Plus. Das könnten wir uns gönnen, Leute. Ich gehe mal hier vorne wieder hin. Aber ich kill mich einfach alle direkt. Ja, also Maki, du bist halt ein Noob. Sag mal, wie viel ich jetzt Plus mache. Ey, Bidi, du bist da gar nicht. Warte mal. Ich kill den hier vorne. Bam. Komm her, Mann. Komm her, Mann. Und boom. Let's go. Ja, Leute, irgendwie kann ich ihn nicht killen. Ich glaube, der hat zu viel Leben. Obwohl, doch, ich glaube, ich kann ihn killen. Bam. Bam. Ey, ich mache mir richtig wenig Leben Plus weg. Okay, jetzt habe ich ihn irgendwie gekillt. Aber ich muss noch den hier killen. Nelly, komm her, Mann. Hör auf, dich mit mir anzulegen. Hey, Bidi, helf mir. Ich muss den killen. Oh nein, Leute, Leute, Leute. Ich muss die weg. Oh, Mann, der ist viel zu stark. Du bist ja viel zu heftig. Oh ja, ich weiß, der ist wirklich stark. Aber, Leute, ich bin auch richtig stark. Bam. Ich trainiere jetzt einfach immer weiter. Yo. Ich kriege so viel Plus und ich kann mir eine krassere Aura kaufen gleich. Das ist so heftig, Leute. Bidi, ich glaube, jetzt habe ich eine heftigere Aura als du, okay? Warte mal, welche Aura habe ich jetzt gerade? Ich habe nämlich auch diese heilige Ring Aura, Bidi. Dann bin ich heftiger als du. Maki, ich habe nicht mehr heilige Ring Aura. Ich habe so eine viel heftigere. Ich habe die galaktische Dunkel Aura. Was? Junge, Bidi hat einfach dunkle Aura, Leute. Das will ich auch haben. Nein, Leute, das kann nicht sein. Bam. Ich beanspruche mir das. Boom. Ich mache damit jetzt richtig viel Plus. Kill den. Ach, Mann, Junge, der nervt echt. Wie kann man, warum kann man nicht killen? Der ist viel zu stark. Wie soll ich denn killen, wenn er so stark ist? Ich glaube, ich muss einfach die ganze Zeit nur trainieren. Bam, bam. Hier auf dieses Basketballfeld, weil da machen wir auch 1,5 Plus. Ist zwar nicht viel, aber es wenigstens ein bisschen was am Plus. Guck mal, Leute, jetzt mache ich auch richtig viel Plus. Bam, bam, bam. Let's go. Ich kenne dich. Hey, Bidi, lass mich in Ruhe. Nein, Junge, warum killst du mich? Was verdienst du, Nacki? Nein, habe ich nicht, Bidi. Ich werde dich überholen. Okay, der dunkle Aura, Leute, ist eigentlich schon voll stark. Ich weiß gar nicht, wie Bidi so stark geworden ist. Ich glaube, der hat richtig krass durchgezuchtet. Aber wir können ihn auf jeden Fall überholen. Wenn wir jetzt ein bisschen trainieren, sage ich euch ganz ehrlich, werden wir ihn 100% überholen. Jo, hier kann man irgendwas trainieren, womit man noch viel, viel mehr Plus kriegt. Vielleicht kriegen wir damit sogar mehr Plus. Ich weiß es gar nicht. Sollen wir es mal auch austesten? Ich glaube, Squats ist am besten. Ähm, nee, Leute. Eigentlich ist die Pupsi-Pupo-Übung am besten. Was ist das für eine Übung, Bidi? Schau mal, damit bin ich richtig stark geworden. Alter, was, Junge, wie heftig ist der bitte sehr? Leute, Bidi wird richtig stark. Und ich trainiere noch immer richtig schwach. Ich muss stärker werden. Jo, Leute, nee, ich nehme alles zurück. Wie viel kann... Jo, Elektro-Aura. Okay, Leute, krass. Elektro-Aura. Boom. Ah, das ist diese Aura, die so komisch leuchtet, Leute. Hey, weißt du, leuchtet der Blackie, was passiert mit dir? Ich habe doch gesagt, Leute. Junge, wie viel mache ich bitte sehr Plus? Das ist ja Ultra-OP. Okay, die Squats sind tausendmal krasser als das andere. Warte mal, ich gucke mal, ob ich noch was Neues kaufen kann. Und ich tue es nur 1,5. Ich muss zu Bidi mal... Jo. Okay, ich habe Dick-Plus bekommen. Kann ich jetzt irgendwas upgraden? Ja, galaktische Aura. Aber, Bidi, ich habe dich gleich überholt. Wah, ich tue mich echt nicht umfällig. Wieso ist das unfair? Oh nein, Bidi, es ist nicht. Ich bin gleich stärker als... Jo, wie krass bin ich bitte sehr? Leute, es geht richtig ab. Okay, ich muss einfach nur ein bisschen trainieren. Ich wollte die ganze Zeit zu diesem, wo du bist. Aber, Leute, ich brauche das gar nicht. Denn ich habe hier schon richtig viel Kraft. Hey, Simaki, das kann doch nicht sein, dass du so schnell stark bist. Ich bin doch immer richtig schlecht, Mann. Ich habe noch gar keine gute Aura. Ja, nee. Das ist einfach nicht cool. Okay, bist du stark? Guck mal, ich bin nicht stark. Hey, Simaki, ist nicht so stark. Oh ja. Leute, da kommt schon wieder der Typ, der will mich killen. Lass mich in Ruhe. Ey, lass mich in Ruhe. Jetzt sag ich, ich mache hier meine Übung. Warum will der mich attackieren? Geh weg. Leute, der trifft mich nicht. Ich bin schon schneller als der. Guck mal, der ist so müde, die ganze Zeit zu killen. Okay, ich will den für dich fernig machen. Warte, ich bin viel stärker als der. Oh, Leute, beim Fußballfeld machen wir richtig viel Plus. Ja, ich will mich doch weiterverfolgen. Lass mich doch jetzt endlich in Ruhe. Okay, hör auf, zu mir zu kommen. Ey, geh weg mit dem Typen. Ja, Bidi, ich weiß, der ist richtig stark. Du musst da echt aufpassen. Der ist wirklich stark, okay? Ja, okay, guck mal, Feuer-Aura. Oh yeah. Warte mal, Feuer? Ist das die Feuer-Aura? Niemals ist das die Feuer-Aura. Das ist nur eine andere. Das ist eine Magma-Aura. Irgendwas krasses ist das. Als ob du erst bei der Feuer-Aura bist, Bidi. Dann bin ich ja tausendmal krasser als du. Dann schau mal, wie viel ich hier Plus mache. Boom. Wie viel habe ich hier? Oktober? Was soll das sein? Donner-Aura, Bidi. Wow. Alter, nie im Leben bist du so krass wie ich. Nie im Leben, Bidi. Ich habe Dunkel-Aura plus ich habe hier Donner-Aura. Weil ich habe einfach alles. Bidi, weißt du was? Nimm das jetzt. Leute, wisst ihr was? Ich muss mir hier eigentlich mal Haustiere kaufen. Okay? Mir ist das auch gefallen. Ich habe mir bisher noch immer gar keine Haustiere gekauft. Das wird wirklich Zeit. Leute, ich glaube, sowieso, jetzt bin ich schon eh der Krasseste. Hier mal hier ein bisschen kleiner. Bam. Bestätigen. Wiedergeburt. Boah, ich habe krass viele Wiedergeburten gemacht. Mal schauen, ob ich mir hier was kaufen kann. Irgendein Haustier oder so muss es hier doch geben. Leute, was ist das hier vorne? Mhm. Nee, ich glaube, das kann man nur mit Hobux kaufen. Anfragen, nicht beanspruchen. Geht nicht. Hä, warum kann ich mir das nicht beanspruchen? Ich will das haben, Leute. Wie kann ich hier... Leute, schreibt mir in die Kommentare, wie ich hier Haustiere ausrüsten kann. Ich habe keine Ahnung, wie das klappt. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, schaut mal. Ich trainiere hier einmal. Guck mal, wie krass ich schnell gestarkt werde. Junge, ich bin so dick am Leuchten. Das gibt es nicht. Boom, ich werde noch krasser. Yo. Alter, Bidi, habe hier sowas und überholt nie im Leben. Bist du krasser als ich. Dann mag ich sowas für eine Aura, ich habe? Alter, warte mal. Was ist das für eine Aura, Bidi? Sag mir nicht, wo ist die Licht-Aura. Oh, doch, ich habe die Licht-Aura. Nein, Bidi. Hey, wie wirst du denn so krass, Bidi? Das ist unmöglich. Du musst mich doch bestimmt pranken oder so. Du bist gar nicht so heftig. Doch, ich... Leute, ich schreibe in den Kontakt. Guck mal, ich habe eine richtig krasse Aura. Bidi, warte mal. Wo bist du gerade? Zeig mal, was für eine Aura du hast. Ah, ich bin raufgegangen. Du konntest dich nicht mal besiegen. Nein, du hast safe keine krasse Aura. Guck mal, Leute. Was ist das? Ist das eine heftige Aura als meine? Hä, du hast sogar richtig krasse... Warte mal, was? Ich habe mir gar keine Gewichte ausgerüstet. Boah, das war ja voll lost. Warte mal, was kann ich mir alles hier ausrüsten? Boah, okay, ich kann mir krasse Gewichte ausrüsten. Ich habe richtig viel. Leute, ich kann mir das, glaube ich, kaufen. Nicht genug Energie? Leute, dafür habe ich genug Energie. Ja, guck mal, meine Gewichte sind ganz... Okay, jetzt kriege ich verdammt viel Plus. Ich hätte die Gewichte upgraden müssen. Das habe ich die ganze Zeit gar nicht gemacht. Wie bist du auf Kompon? Oh Mann, ich wollte nicht, dass du es erfährst. Oh doch, Bidi, ich habe es jetzt erfahren. Damit werde ich jetzt noch viel stärker. Und damit kann ich mir krass Gewichte kaufen. Mein Gewicht ist jetzt einfach so lila. Okay, aber meinet ist noch viel, viel cooler. Oh yeah. Bin hier auch auf ein bisschen Treten, okay? Jo, Leute, guck mal, ich kriege meine 1,5 Kraft. Und bumm, jetzt bin ich noch schon noch viel, viel größer geworden. Wo kann ich mir hier Gewichte kaufen? Warte mal, wir werden abspuchen hier mal. Boah, yo, was ist das, Leute? Okay, krass. Damit kriege ich jetzt richtig fett Plus. Das ist so ein richtig krasser Haustier. Junge. Okay, heftig. Guck mal, wie viel ich damit Plus kriege. Und wachse ich jetzt? Guck mal, wie riesig ich bin. Ey, Bidi, ich habe eine Wiedergeburt gemacht. Boah, boom, richtig schnell ging das gerade. Und nochmal, weiter geht's, Leute. Bamm, kann ich mir hier neu ausraura kaufen? Leider nicht, aber ich will mir hier krasser Gewichte kaufen. Irgendwie klappt das auch nicht, Leute. Egal, ich würde sagen, falls ihr mich zusammen sehen wollt, lasst uns ein Like und ein Abo da. Ich bin hier zum krassen aller Zeiten geworden. Genauso wie Bidi und Nelly. Und hat mir wirklich geklappt. Und tschüss. Und drückt jetzt auf eines der nächsten Folgen, Leute. Let's go. Wow, wir sind so stark geworden. Wir sind so stark geworden.